IHS. Drei Buchstaben, ein Begriff in der Welt der Leichtathletik. Meeting-Direktor Herbert Bohr. Er bringt seit 24 Jahren Weltklasse-Athleten und Rekorde nach Sindelfing. Colin Jackson, der Hürdenstar. Und ein kleiner Unglück. 7,29. Liebe Zuschauer, wenn diese Zeit bestätigt wird, 7,29. Weltrekord, eine Fabel, das ist das Weltrekord, 600, das können wir gar nicht glauben.